Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Testbericht für www.wlan-kamera.info Wie bereits angekündigt, schaue ich mir heute das zweite Modell hier von Tenvis an und diesmal handelt es sich um eine Außenkamera. Da schauen wir uns jetzt hier auch mal die Verpackung im ersten Schritt wie immer an. Also hier sind so Anwendungsfälle, die man eben quasi hier haben könnte. Da steht hier zum Beispiel Supermarkt, Office, Home, Heimsicherheit. Und auf der Rückseite schauen wir uns mal die Spezifikationen an. Auch 1080p wie die andere Kamera, Nachtsicht, Zwei-Wege-Audio, die ist allerdings IP66 hier, wasserfest. Netzteil 12 Volt DC und SD-Karten gehen hier auch bis 128 GB. Standardarbeit, normales WLAN, also 2,4 Gigahertz ist hier auch vonnöten. Das waren hier wieder grob die Spezifikationen. Auf der Seite gibt es dann hier nochmal Zwei-Wege-Audio. Es gibt eine App, Bewegungsalarm, Nachtsicht, PTZ. Also die Kamera hat einen Motor steht hier. Das werden wir dann gleich noch sehen. Klaus-Deutsch gibt es auch. Ja, das war es von der Verpackung auch schon. Und jetzt beginne ich hier mal direkt mit dem Unboxing. Das hier ist die Verpackung. Da ist an sich jetzt auch weiter nichts drauf, außer ein paar Bildern, also keine weiteren Infos. Deswegen beginnen wir jetzt auch direkt mit dem Unboxing hier. Ganz oben eine kleine Werbekarte, zwei Anleitungen. Das hier ist ein Stromkabel-DC-Stecker. Dann natürlich das Netzteil selbst. 12 Volt hier mit dem DC-Stecker auch. Und dann gibt es hier noch die Kamera. Und die hat nämlich, soweit ich weiß, keinen Motor. Deswegen war ich gerade etwas stutzig, als da auf der Verpackung etwas von PTZ stand. Und ja, das war eben der Grund. Das ist die Kamera. Dann gibt es hier noch die WLAN-Antenne. Eine kleine Schraube. Da muss ich gerade noch schauen, wofür die jetzt da ist. Und dann gibt es noch hier einen Inbusschlüssel. Drei Dübel und drei Schrauben. Denn wir können die Kamera hier an die Wand schrauben. Also ihr seht hier hinten schon so einen Sockel. Das hier ist jetzt hier die Kamera. So sieht die aus. Weiß. Hier vorne ist noch Schutzfolie drauf. Die entferne ich gerade auch mal. Das Gehäuse hier macht einen wirklich soliden Eindruck. Das ist aus Metall, wenn ich das richtig sehe. Hier wird die WLAN-Antenne aufgeschraubt. Dann gibt es hier so ein typisches Gelenk hinten. Das kennen wir. Das ist so ein Kugelgelenk. Das kann man hier quasi in alle Richtungen drehen und wenden. Das habt ihr schon öfter gesehen, wenn ihr meine Testberichte verfolgt. Das ist so ein Standardgelenk, das sehr, sehr oft zum Einsatz kommt. Hier hinten haben wir Schaumstoff. Die drei Löcher zum an die Wand schrauben. Und im Kabel gibt es dann hier erstmal den DC-Stecker hier. Also für den Stromanschluss hier. Dieser Stecker. Und das hier ist ein Netzwerkanschluss. Der ist noch mit so einer Klappe hier geschüttet. Mit Gummiklappe. Das ist der Netzwerkanschluss. Hier gibt es eine Netzwerk-LED. Ich werde die Kamera per WLAN anschließen. Vielleicht auch noch per LAN-Kabel, um zu schauen, ob die Bildqualität oder die Frames pro Sekunde besser werden. Ja. Hier oben gibt es eine Schraube. Wenn wir die lösen, können wir dieses Dach hier vor- und zurückschieben. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Das Dach ist natürlich dafür da, dass hier, falls es stürmt oder Wind oder Regen von oben quasi, da kann ich dieses Dach dann vorschieben, dass hier aufs Objektiv quasi kein Regen kommt. Denn die Kamera ist zwar wasserfest, aber es hilft uns natürlich nichts, wenn die Kamera wasserfest ist. Dann regnet es aufs Objektiv und wir sehen nichts, weil da vorne eben Wasser drauf ist. Kamera seht ihr hier, Objektiv. Und darunter ist vermutlich der Tageslichtsensor. Das werde ich mir aber noch genau anschauen. Dieses Dach können wir auch komplett entfernen, wenn wir das wollten. Auf der Unterseite hier, das ist vermutlich Lautsprecher. Das werde ich auch noch sehen. Und hier gibt es eine Gummiklappe. Da ist Reset und die Micro-SD-Karte dahinter. Da muss ich jetzt gerade mal schauen, wie ich das hier aufkriege ohne meine Fingernägel. So. Da gibt es den Reset-Knopf und den SD-Kanzler. Den sehen wir hier. Das ist durch die Gummiklappe geschützt, sag ich mal. Und dadurch, dass das Ganze sowieso nach unten gerichtet ist, die Kamera. Also so fließt da auch nicht direkt Wasser rein. Das war es jetzt hier auf jeden Fall erstmal vom Unboxing. Wir haben hier die Kamera, die Verpackung, Dübel, diese kleine Schraube noch. Dann die Antenne hier, die ich noch aufschrauben werde fürs WLAN. Dann gibt es hier noch das Netzteil. Und es gibt auch wieder hier so ein Quick-Start-Guide, sag ich mal, wo hier eben drin steht, wie das Ganze installiert wird. Allerdings bebildert und es steht nur drin, wie es installiert wird. Also weitere Infos zur App gibt es hier nicht. Das scheint mir die gleiche Anleitung zu sein, wie bei der anderen Kamera von Tenvis, die ich getestet habe. Das war es jetzt hier vom Lieferumfang. Ich werde jetzt wie immer Testaufnahmen machen mit der Kamera. Werde mir alles genau anschauen. Werde mir die App anschauen. Gibt es einen Unterschied zum anderen Modell von der App her. Und dies und mehr gibt es jetzt im Anschluss. Setup und Installation Das Setup funktioniert genauso wie bei der Tenvis T3806D, welche ich letzte Woche getestet habe. Im ersten Schritt wird die Kamera natürlich an den Strom angeschlossen und auch wieder die kostenlose AC-App installiert. Da ich schon ein Konto habe, muss ich dieses Mal keins anlegen. Wer den Prozess genauer sehen will, der kann sich das Video der anderen Tenvis Kamera anschauen, beziehungsweise das Kapitel dort. Ich verlinke es unter dem Video. Wir geben hier auch wieder das WLAN-Passwort ein und scannen dann auch wieder den QR-Code ein, heben den vor die Kamera und die Kamera ist dann auch schon einsatzfähig. Der Livestream ist jetzt auch schon in der App verfügbar. Los geht's! Die Kamera Es handelt sich hier um eine Außenkamera und laut Hersteller ist die IP66 geschützt. Im Klartext, sie ist wetterfest. Sie verfügt über ein kleines Schutzdach aus Kunststoff, welches mit einer Schraube verstellt werden kann. Ich empfehle euch aber, die Kamera immer in einen geschützten Bereich zu montieren, da sie zwar wetterfest ist, das hilft euch aber nichts, wenn ihr kein gutes Bild erhaltet, weil sie voller Schnee ist oder Wasser auf der Linse ist. Das Gehäuse der Kamera ist aus Metall und wirkt sehr solide. Vorne sehen wir das Objektiv, das so etwa einen Bildwinkel von 100 Grad hat. Schaut euch dazu auch die Testaufnahmen an, die ich gemacht habe. Die Kamera verfügt auch über einen Tageslichtsensor, welches sich unter dem Objektiv befindet. Die Kamera verfügt nämlich auch über Nachtsicht und dieser Sensor ist dafür zuständig, automatisch in den Tag- oder Nachtmodus zu wechseln. Für die Nachtsicht gibt es vier große LEDs um das Objektiv herum. Es handelt sich dabei um größere LEDs, die etwa dreimal größer sind als die standardmäßigen kleinen LEDs. Auf der Unterseite sehen wir mehrere Löcher bzw. das ist der Lautsprecher. Außerdem gibt es dort noch eine Gummiklappe, unter welcher sich der SD-Slot befindet. Dort befindet sich außerdem auch der Reset-Knopf. Den braucht ihr, wenn ihr die Kamera zurücksetzen bzw. in einem anderen WLAN verbinden wollt. Für die Montage und die Justierung hat die Kamera so einen typischen Sockel mit Kugelgelenk. Den Sockel kann ich aber irgendwie nicht rotieren, das ging bei anderen Modellen aber oft. Es sollte also bei der Montage darauf geachtet werden, dass der Sockel so montiert wird, wie man die Kamera nachher ausrichten will. Damit meine ich, dass ihr die Kamera zwar kippen und rotieren könnt, aber beim Kippen ist die Aussparung eben ausschlaggebend. Deshalb achtet auf die Position der Aussparung. Unter den Schaumstoff-Noppen am Sockel gibt es auch noch Schrauben. Mir scheint, diese fixieren irgendwie die Rotation im Gelenk. Die Tenwist-Kamera kann per WLAN oder LAN verbunden werden. Allerdings ändert dies nichts an der Bildqualität oder der Framerate. Denn die bleibt bei 8-12 Frames per Second. Schaut euch die Testaufnahmen an, Link unter dem Video oder direkt im Artikel. Es gibt ein Mikrofon und auf der Unterseite einen Lautsprecher. Wir können die Kamera mit der App als Gegensprechanlage nutzen. Die Audioqualität ist dabei mit einer typischen älteren Gegensprechanlage zu vergleichen. In 1-2 Metern Abstand kann man beide Seiten verstehen, wenn diese klar und deutlich sprechen. Das Niveau ist etwa gleich mit der anderen Tenwist-Kamera. Ich glaube, hier ist dieselbe Hardware verbaut. Die Qualität des Lautsprechers und des Mikrofons ist auf jeden Fall brauchbar. Die App. Noch einmal einen kleinen Blick hier auf die App im Zusammenhang mit der Tenwist-T8863D. Die kleinere Kamera, also die seht ihr ja auch noch, die habe ich hier IPC genannt, die auch von Tenwist ist, die Innenkamera. Da habe ich bereits ein Video gemacht, wo ich diese App hier ausführlich erkläre. Und ich werde es hier nur kurz quasi zusammenfassen, denn im anderen Video, das werde ich unten verlinken, da erkläre ich alles schon genau und da gibt es so gut wie keine Unterschiede. Deswegen werde ich hier nur kurz die Unterschiede zeigen. Also der eine Unterschied ist zum Beispiel, wenn ich diese Kamera hier anklicke, dann ist es so, ich sehe hier unten Fotografieren, Speichern, Aufnehmen, Wiedergabe, Alarm, Fotoalbum und da oben eben den Stream. Und ganz unten hier noch den Cloud-Speicher. Hier ist es so, Fotoalbum kann ich hier antippen, das gab es beide anderen nicht. Und in Fotoalbum sehe ich hier die Fotos und die Videos, die ich manuell hier im Handy gemacht habe. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, ist, dass wir bei den Einstellungen, da gibt es natürlich hier die Grundfunktion, Bild drehen, Infrarot-Funktion, Alarmerkennung, Speicherkarte. Das heißt, diese Sachen hier sind alle gleich. Wir können hier einen Zeitplan machen, Ereignisaufnahme oder Permanent aufnehmen. Kann man auch einstellen. Wie gesagt, da verweise ich auf das andere Videos für die Details. Was hier aber ein Unterschied ist, Erkennung des Bewegungsalarms. Hier gibt es keine Bewegungsverfolgung, das gab es bei der anderen Kamera. Das kann die hier natürlich nicht, denn die hat keinen Motor, also keine PTZ-Steuerung. Deswegen gibt es halt keine PTZ-Steuerung, auch nicht in den Einstellungen hier, wie ihr gesehen habt. Das gibt es hier natürlich logischerweise deswegen nicht. Ansonsten ist die App, soweit ich das sehe, hier gleich. Das heißt, es gibt hier auch wieder Szenen-Automation. Die Alexa-Integration funktioniert auch. Die habe ich auch schon eingerichtet, in dem Fall auch wieder mit dem Alarm. Das funktioniert alles. Unter Profil hat man auch die Familienverwaltung, die es hier gibt. Und Hilfezentrum, Nachrichtencenter, Einstellungen. Das funktioniert soweit, wie gesagt, eigentlich ganz gut. Das funktioniert hier soweit auch alles. Und da verweise ich aber im Detail jetzt auf das andere Video. Das werde ich unten verlinken. Das ist auch viel, viel länger als dieses hier. Deswegen bin ich jetzt noch kurz auf die Unterschiede eingegangen, die mir aufgefallen sind. Wie gesagt, gibt es ein ausführliches Video. Das ist fast erst über 20 Minuten lang. Auf dieses verweise ich an dieser Stelle. Ihr findet das unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht es weiter im Test. Die App ist dieselbe wie bei der anderen Tenvis-Kamera. Nur dass diese hier keine Motorsteuerung hat. Alexa hat soweit auch funktioniert mit den Szenen. Da der Rest gleich ist, verweise ich hier auf das Video der anderen Kamera. Link unter dem Video. Auch hier funktioniert der Push-Alarm übrigens nicht wirklich. Testaufnahmen Ich habe auch wieder einige Testaufnahmen gemacht, welche ihr in einem separaten Video findet. Mir scheint, hier ist dasselbe Sensor verbaut, wie bei der anderen Tenvis-Kamera. Denn die Bildqualität ist bei beiden Kameras so gut wie gleich. Mein Fazit Der Preis der Kamera liegt bei gerade einmal 50 Euro. Seid hier also realistisch und erwartet keine Wunder. Die Kamera besitzt einen RTS-P-Stream auf Port 554. Aber auch dieser Stream ist hier nicht passwortgeschützt und kann somit von jedem im Netzwerk empfangen werden. Deshalb sollte dieser Stream bzw. Port niemals ins Internet geroutet werden, bzw. am besten blockieren wir den Zugriff der Kamera aufs Internet. Somit eignet sich die Kamera also eher für den Netzwerk-internen Einsatz. Die Verarbeitung wird für diesen geringen Preis gut. Zudem gibt es auch noch die Cloud, aber diese habe ich nicht getestet und die kostet auch, relativ zum Preis der Kamera, viel. Außerdem ist es ein Abo-Modell per Paypal. Vermutlich verkaufen die Hersteller inzwischen so viele preiswerte Modelle, um dann über die Cloud-Funktion Geld zu verdienen. Wer weiß, das vermute ich zumindest. Für 50 Euro ist die Kamera also ein extrem preiswertes Modell, welches wir im lokalen Netzwerk einsetzen können. Dank des RTS-P-Streams können wir eine externe Verwaltungssoftware wie iSpy oder auch ein NAS mit RTS-P-Funktion nutzen. Für diesen Einsatzzweck wäre das dann ein wirklich sehr günstiges Modell, also preiswerter gibt es da eigentlich fast nichts mehr. Die Bildqualität könnt ihr wie gesagt im separaten Video mit den Testaufnahmen selbst sehen. Das brauche ich deshalb nicht nochmal zu beschreiben. Das könnt ihr selber anschauen und dann wisst ihr selber Bescheid, wie das aussieht. Das war ein weiterer Testbericht von mir und ich hoffe, er hat dir weitergeholfen. Den Link zum Produkt und zum Artikel sowie weitere Infos findest du unter dem Video. Das war's von mir, ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir, ich bin raus und ich bin raus und ich bin raus und ich bin raus und ich bin raus.